Musik Du sag mal, Johann Christian. Was ist, Wolfgang? Johann Sebastian, dein Vater, der war doch auch ein großer Musiker. Ein ganz großer sogar. Hat er dir auch alles beigebracht, wie mein Papa es tut? Sicher. Er hat mir vieles beigebracht. Mein Papa ist überhaupt nicht streng und furchtbar klug. Gestern nach dem Konzert in Chelsea hat... Was hat er denn Konzert in Chelsea gegeben? In einem Kaffeehaus, zusammen mit Nanal. Es waren ganz viele Leute da, die haben Eintritt bezahlt. Ist das nicht komisch? Papa und ich, wir haben zusammen das Konzertplakat übersetzt. Ich kann überhaupt schon toll Englisch. Sogar Bücher lesen kann ich. Edward Gibbon. Story of the Decline and Fall of the Roman Empire. Die Geschichte vom... Was? Ist doch zu schwer. Ich will lieber Papa fragen. Am liebsten mag ich zahlen. Und rechnen. Unterwegs gibt mir Papa immer Aufgaben. Und in Frankreich habe ich ganz schnell Französisch gelernt. Und Geschichte und... Und die Musik, ja? Das war am schönsten. Mein Vater, Wolfgang, war sehr streng. Sehr streng. Aber auch sehr gut. Und sehr groß. Größer als du? Und größer als mein Papa? Mozart. Guten Tag, Herr Bach. Wolfgang, ich spiele nebenan ein bisschen. Ich habe mich an Wach zu reden. Ich rufe dich dann. Es dauert nicht lang. Ich rufe dich dann.